hallo und herzlich willkommen hier zurück bei der evo within jetzt geht es weiter wie gesagt heute ist der nächste tag und heute versuche ich noch mal ich weiß schon gar nicht mal wo ich bin ach da keine leider werden ok jetzt muss ich mal kurz gucken ok muss auf jeden fall runter schauen wir uns doch mal erst um geht es hier hin ach so ok hier ist nix ok na gut na komm schon so hier lang tschup 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 huch so hier ist nur eine flasche das haben wir schon mit geöffnet ok dann verstecken brauchen wir uns nicht hier geht es nicht raus ne ne gut also hier rechts links rum genau links so dann hier lang ok dann gleich hier so schauen wir mal was hier ist oh gott voll schade haha weg oh man mist ich werde wieder nehmen hier mensch bin ich wahnsinnig so ja so öffnen hier sind ein paar drohnen wunderbar hier ist nichts aber hier ist noch eine so ne kiste nochmal drohnen wo geht es denn da hin ok hier ist auch nochmal was sehr gut schauen wir mal hier runter so ah ja gehen wir hier mal runter machen wir die Lister kaputt tschuck tschuldigung ähm die Kiste auch nix drin jawoll nehmen es ist voll ok äh ich muss da runter oder ich will gar nicht aber ich muss aber wir gehen erstmal da hoch hab ich jetzt beschlossen hallo nimm mal dein Ding ich kann das nochmal nehmen warte mal CS einstecken kann das sicher warte mal der kann doch das Ding auf einmal nehmen oder boah es ist ein warte mal Laterne an aus ist Q maus 1 ok da nicht das war halt nett gehen wir da hoch ach guck an hier ist wieder diese Statue da na sehr schön hier ist ich lieber nimmst du's mal so ok hier ist nix mehr oder nö gut geh wieder runter dann würde ich mal sagen gehen wir mal ganz runter oder ne andere Seite andere Seite so hier runter Schweine oh Gott so gut was ist jetzt was war das nehmen achso achso die Flasche jawoll so jetzt sehen wir mal hier das Ding da in die Hand da ist ne Bombe geht's da irgendwie hoch ne ok gehen wir jetzt da lang oder da lang ich glaube ich geh da lang so so entschärfen sehr gut aufmachen hallo das ist ne jetzt ist da ein Ding drin das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht ach komm ach komm da denn das kann dir jetzt kann ja noch nicht wahr sein jetzt kann ja wohl nicht wahr sein ... ne Oh, das lief so gut. Das gibt's nicht. Nein. So. So, jetzt kämmen wir da hoch erst. Lass mal das ganze Zeug wieder einsammeln. Boah, ist lästig. Oh je. So. Treten. Jawohl. Auch treten. Mitnehmen. Da finden wir auch noch was, oder? Genau, die Spritze. Oh, voll. Ja gut, dann machen wir's so, ne? Wollen wir gleich mal spritzen. Dann können wir's nehmen. Genau. Sehr gut. So. Schauen wir mal ein bisschen Patronen mitnehmen. Man kann ja nie wissen, was hier passiert. So. Das tun wir entschärfen. Gut. Hier ist nix. Dann. Die Kiste. Nix drin. Die zwei Dinge. Herkules. Okay. Huch. So, dann gehen wir mal schön da hoch. Nehmen wir das lieber mit. Diesmal mache ich aber die Kiste nicht auf, ja? Diesmal lasse ich sie zu. Huch. So. Sehr schön. Das ist gut. Schlüssel nehmen. Das ist voll. Okay. Gut. Töp. 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 Andere Seite. Runterklettern. Töp. 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 Na komm. Jetzt. Okay. So. Ich nehme gleich die Axt mit. Hallo? Jetzt. Okay. So. Töp. 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 Oh. War das vorher auch schon da? Ich weiß gar nicht mehr. So. Irgendwie kommt dann der Erste, ne? So. Der Erste, wer kommt, der kriegt es gleich mit mir zu tun. So. Da hinten ist jetzt nichts, ne? Ne. Gott. Dann gehen wir da nicht hin. Ja. Oh oh. 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 Schnell, schnell, schnell. Oh. 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 Nee. Oh. Gott, das will. So. Dahmer, verbren, da. So. Nee. Hat der noch was? Nee. Aber können wir gleich mal verbrennen. So. Vielleicht in der Letzte irgendwas? Nee, ne? Ok. Okay. Gut, dann tun wir gleich mal nachladen. Das ist nix. Okay. Boah. Das ist nur so ein Tuch. Okay. So, den da hinten können wir auch gleich mal ausschalten. Okay, das ist blöd. Pff. So. Kann man auch um die Ecke spitzen? Ne, ne? Ich glaub nicht. Naja, gut. Jetzt wär's natürlich am sichersten zu speichern, ne? Aber egal. Scheiße, ich brauch Deckung. Achso, warte mal. Ich brauch hier das Ding. Genau. Oh nein. Oh nein. Munition, alle. Fuck. Mann. Ich geh jetzt wieder hoch. Oh, schnell. Schnell, 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 schnell. Wo war denn das nochmal? Äh, das war hinten, ne? Ja. Oh nein. Keine Munition mehr. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das ist ganz schlecht. Was ist das da? Ah ja, mitnehmen. Das ist hier wieder Ding. Brenni, Brenni. So. So. Geh mal hier hin. Ich speichere jetzt mal. Aber dann ist es mir wurscht. Da kann ich mal was riskieren, wisst ihr? So. Oh. Kartenfragment. Echt? Ja, warum nicht? Können wir's gleich mal einsetzen? In die Karte. So. Ach ja, Schlüssel haben wir ja auch, ne? Stimmt ja. Guck mal gleich moi. Und? Ja. Toll. Aber das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Wir können wir hier wieder auffüllen. Machen wir mal ganz voll. Danke, was mitnehmen. Dankeschön. So. Kartenfragment. Ach so. Ah, okay. Die werden automatisch eingesetzt. Na gut. Warum nicht, ne? So. Dann kaufen wir mal was. 1400 haben wir. Gucken wir mal. Also Lebensanzeige. 100. Sprintdauer. Nahkampfschaden. Okay. Waffen. Feuerrate. Magazinkapazität. Ja. Auf jeden Fall. So. 400 haben wir noch. Was kann man noch machen? Haben wir irgendwas noch? 400. Ne, ne. Ne. Okay. Aber wir können schon mal hier mehrere Sachen machen. So. Machen wir schon mal hier. Das da. Überschreiben. Zack. Sehr gut. Huch. Okay. Warten wieder zurück. So, gespeichert ist jetzt. Jetzt können wir nämlich was riskieren. Ja. So. Wie machen wir nochmal aus das Licht? Ne. Licht macht man aus mit. Ey. Ich muss immer wieder reingucken. Was gibt's nicht. Die Kuh. Ah, okay. Okay, gut. Weil ich glaube, da wird man auch gesehen. Könnte sein. So. Jetzt gehen wir wieder zurück, wo man herkommt. Okay. Jetzt gehen wir wieder rüber. Chipp, chipp, chipp. Das können wir doch jetzt mitnehmen, oder? Ne. Kann man nicht. Aber hier rüber können wir. Genau. Was haben wir denn noch eigentlich? Was sind das? Nehmen. Achso, die Flasche. Okay. Das brauchen wir nicht. So. Was haben wir denn da noch? Da ist was. Ne. Ah. Nein. Hallo. Kommt da gerade einer. Oh, oh. Oh, da hinten. Oh, weg. Oh, schreck. Oh, weg. Oh, weg. Wo geht's da hin? Hochklettern. Ach du meine Güte. Los, weg. Oh, stopp. Da ist ein Ding. Ähm. Ja, und wie krieg ich den jetzt? Äh, du bist ja lustig. Ah, vielleicht einfach von vorne anschießen, oder? Was weiß ich. Ja, was ist denn das? Ah, das ist ja cool. Blendbolzen. Ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust der Gegner mit einem grellen Blitz blendet. Geblendete Gegner können aus jeder Richtung mit einem Schleichangriff getötet werden. Okay. Oh. Ja, was ist denn da? Oh. Cool. Hier ist was. Okay. Ja, gut. Ähm. Ähm, ich hab da vorhin noch was gesehen. Die Statue da. Ja, genau. Wisst ihr, was ich schieße jetzt an? Ähm. Machen wir das so. So. Munition alle. Pff. Toll. Echter Wahnsinn. Äh. Granate. Boah, alter. Nee, es geht nicht. Hm. Da oben ist aber das Ding. Mist. Was ist denn? Was denn? Was denn da? Ach so. Ah, hier. Hier, hier, hier. Da ist jemand. Okay. Ähm. Okay. Ich würd' gern wieder rausgehen. Wie geht denn das? F, S, C. Ach, C. Ah, okay. C. Gut. Wie mach man das jetzt am besten? Hm. Jetzt gehen wir erstmal wieder runter. Oh, oh. Ich seh, was ich schleiche mich von unten an. Das am allergescheitesten. Ah, da ist ein Raum. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. So. Jawoll. Ja, gut. Was haben wir noch? Ähm. Granate. Die nehmen wir jetzt mal. Vorsichtshalber. Schleichen wir uns raus. Oh, oh. Oh, nee. Ist ein Tuch. Das ist nur ein Tuch. Das ist ja blöd. Mist. Mist. Ach, was mach ich denn? Bin ich blöd? Oh nein. Oh. Was tue ich denn jetzt? Was mach ich jetzt? Warte mal. Spritzen. Spritzen, Spritzen. Boah, ist das so. Kampf. Wo geht's denn noch lang? Irgendwie, irgendwo. Ah. Okay. Sehr gut. Ist hier irgendwas? Ist auch noch was. Okay. Hm. Oh Gott. Ach so, hier geht's auch nochmal runter. Ah, okay. Geh mal hier runter. Ja. Okay. Boah, das ist echt. Das ist echt gut. Hm. Ich werd mal vorschlagen, ich speichern jetzt nochmal. Mach nochmal hier so'n. So'n Update. Wo war denn das? Wo war das Update? Das muss ich mal kurz überlegen. Ähm. Update, Update. Puh. Wo war denn das? Das war doch da drin irgendwo, oder? Warte mal. Nee, nee. Ah doch, ja. Das war da hinten. Genau. Hier war das. Genau. Ja, toll. Aber doch mal, hier sind auch nochmal Dinge. Nee, dann nicht. Hm. Dann halt nett. So. Gehen wir gleich dahinter. Das ist nichts für schwache Nerven. Na, geht schon. Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Geht es Ihnen nicht gut? Hm. So, nochmal. 2300 haben wir jetzt. So. Also. 110 haben wir hier. Na komm, schaden schon mal. Nein, genau genommen. Schaden geringfügig. Ach so. Na ja. Was haben wir noch? Magazinkapazität 2000. Genauigkeit. Verringert das Wackeln. Aha, okay. Na gut, das brauchen wir jetzt nicht. Äh, Reserve. Was haben wir hier? Karnaten, Spritzen, Streichhölzer. Nee, nee. Okay, wir machen Fitness. Ähm. Na komm, schaden den Starten geringfügig, wenn der Gegner betroffen wird. Okay, machen wir eine Lebensanzeige. Okay. Okay. Aber ein bisschen. So. Okay. Dann speichern wir jetzt nochmal. Muss sein. Gut. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.